Es war eine Kombination aus Gruppenkurs, aus Privatstunden, aber auch ein bisschen freizeitorientierter Unterrichtern, sogenannte Experientias. Dann war das und ganz gut sich auch echt gelohnt. Das ist super abwechslungsreich. Wir haben auch einen guten Mix gehabt aus Experientias in der Klasse, Aussprache zum Beispiel, und aber auch viel raus aus der Schule. Insgesamt drei Personen, die komplette Zeit, also die eine Woche. Wir hätten aber eigentlich nur ein Zimmer übrig gehabt und nur eine vierte Person hätte wohnen können. Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad, was auch relativ groß ist, und sogar noch ein WC und das war total super. Die Lage ist perfekt. Wir sind nur drei Minuten an der Schule, also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020